ja liebe zuschauer das war das weltberühmte hotel atlantis hier in dubai wo schon viele stars urlaub gemacht haben aus film und fernsehen und die geilsten waren auch schon hier wenn man als gast mal hier hin möchte kostet sechs euro am tag wenn man nicht hier wohnt dann kann man sich alles angucken tolle mall auch das aquarium sehenswert und wenn man da auch noch tauchen möchte wird es natürlich teuer 250 euro eine halbe stunde und wenn man eine kamera dabei haben möchte kostet über 300 wir sind begeistert werden das jetzt hier verlassen wir werden jetzt ein helikopter buchen und fliegen über dubai also sozusagen dubai von oben ja ja Vielen Dank.